Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Ja Ist gut So Dass wir keine Gegner haben Habe ich ja Gegner 0 an Richtig Ja kurzen Nachdenken Ich hab jetzt so Könnte irgendwo gewesen sein Irgendwo ist gut Irgendwo ist immer gut Oh da ist auch ein Speicherpunkt Nehmen wir den noch gleich mal mit Schaden kannst nie Speichern Punkt Speichern Ja Ungeheizt werden Ist auch nicht falsch Oder Zeichpunkt Hallo Ja ok Danke für die Hilfe Die sie mir nicht gegeben haben Und was machst du da so Hey komm mal wieder raus Ähm Ja Dann Ich bin richtig Genau Kannst du einkaufen? Ja Cloud Shop Heute Schlussverkauf Yay Ok wieder raus Heute Schlussverkauf Ich bin richtig Vergiss mich nicht Gapability kann gelöst werden Ah ok Stärke, 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 Koppelung Ah ok Das ist auch gar nicht so schlecht. Geh der Ring. Hypnokono. Hypnokono. Okay. Das sieht auch gut aus. Ich habe heute geschlossen. Na. Keinen habt ihr nicht. Ich habe heute geschlossen. Ich glaube, irgendwie gab es einen Trick, dass man da irgendwie oft genug draufklicken soll. Oder irgendwie so. Wenn ich mich recht erinnere. Heute ist das Verkauf. Ja. Okay. Für nichts wieder ging es. Ja. Schrotthandel. Heute ist das Verkauf. Ähm. Gut. Ehrgeiz hat er. Sehr viel Traum oder Illusion. Hast du auch gut. Buchhandel. Kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Okay. Das ist schlecht. Kann ich verkaufen. Was könnte ich denn verkaufen. Brauche ich denn nicht. Namensschild. Zum Beispiel. Eisenrohre brauche ich. Sternensplitter lasse ich. Kann ich schon. Königskohle behalte ich auch. Logischerweise. Äh. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ähm. Wie viel ist es? Zu dieser Toten. Auch nicht. Und das letzte. Das ist, äh. Immer heute geschlossen. Stimmt, hier war das. Bitte sehr. Große, das da. Ähm. Irgendwie konnte man das, glaube ich, auch irgendwie einkaufen. Wenn ich nicht welche. Soweit ich weiß. Aber ich kann mich natürlich auch, äh, aber... Ich bin mir fast sicher, könnte man sagen. Oder... Fünfmal mal ich noch. Eins. Ah, ab jetzt. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Fünf. Ach, was. Ich mach mir Szenen draus. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich bin mir fast sicher, dass man... Ja, okay. Tschüss. Goodbye. Ähm. Tut sich da was? Ne? Da, man. Ich meine, irgendwas muss es ja... sein. Ich meine, ich bin mir fast sicher. Komm schon, mach auf. Ja, ich bin mir fast dran. Ich meine, das hat so gut geklappt. Bei Johnny. Nein, ich komm nicht morgen wieder. Es gibt keinen Morgen. ...theoretisch gesehen... Ähm, komm schon... Ich glaub an dich... ...glauben nicht... ...ich glaube das sicher nicht... ...ich glaube das glaube ich... ...aber nicht wirklich. Komm schon! Mach auf! ...ich... Ich brauch das... ...irgendwas gutes hattest du! Ich... ...ich... 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 Nein, ich komme nicht morgen wieder. Okay, es fing alles damit an, dass ich noch dreimal verliessen habe. Dann waren es fünf, dann waren es zehn und jetzt würde ich immer noch. Ich bin heute geschlossen. Nein, 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 nein. Ich bin ja Stammkunde. Habe ich gerade beschlossen. Irgendwas hat er gemacht. Und irgendwas bringt da noch außer den Rosata-Steinen darin. Ja, ich bin ja recht sicher. Nur man braucht halt Geduld. Ich bin ja recht länger. Ja, ich sag das so an Worte anscheinend, wenn ich mich richtig erinnere. Oder den Satz. Kommt drauf an, wie man es sieht. Wenn alles zusammen geschrieben wird, dann ist es ein Wort. Oh, wenn es falsch wäre. Ich meine, nur... Wie kann man überhaupt darauf einen Job machen? Den man normalerweise nicht aufmacht. Oder der immer geschlossen hat. Also denke ich mal nicht, dass die Becker so fies waren. Ich google einfach mal kurz nach. Einmal einfach, dann google ich. Okay. Äh, kleinen Moment, Leute. Ähm. Charit Shop. Ähm. Hin und wieder bekommt man zu einer bestimmten Zeit Items Geschenk. Wenn du den Tomberry hast, der kann Shop leeren. Wenn du das hast, dann bekommst du alle 30 Men ein Item Geschenk. Ich muss allerdings den Shop für den Tomberry erst mal freischalten. Äh. Stimmt mit Sicherheit nicht. Denn zum freischalten muss man in den Shop hineinkommen. Ob das stimmt, wenn du... ...bringst und dann, äh... ...tuchst du dann immer was geschickt. Dann ist er freigeschaltet. Bei mir geht das doch. Sonst wird es ja nicht sagen. Na gut, muss ich testen. Okay. Tomberry auf Level 70. Bringen und dann ist er freigeschaltet. Welches Level ist mein Tomberry? Ja, tschüss. Äh, 45. Ja, okay, dann hat er es noch ein bisschen weiter. Tonabel. Ähm, okay, hier. Tänkdich. Äh, ja, genau. Das wollte ich eigentlich hier. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall... Oh, Morbel. Äh, ja, genau. Ich habe kein Spiel. Mitала pesten. Verdammt Benn ihn. ... Herr er möchte jetzt wiederholen. Äh, ja, genau. Er könnte ich hier lesen. Ja, mega pünner war das. war das mit den wenn du mal steil schon das nächste ist dann würde ich sagen gehen wir noch mal so kack du insel lassen ihn feischen lernen vielleicht kann er dann eine neue abendet könnte theoretisch glauben die jetzt ja station Stimmt, und alle Karten haben wir auch nicht mehr. Obwohl werde ich wahrscheinlich auch nicht kriegen, wegen den Chocobo-Wäldern, mit dem komme ich eigentlich so wirklich gar nicht klar, kann man sagen. Da war es. Und ja, dann werde ich mir auf jeden Fall die Kartellkarten wahrscheinlich hören, von der GF-Karten finde ich eh nicht, die auf CD4 kriege ich eh nicht wirklich hin, muss ich sagen. Oh, was kriege ich eigentlich überhaupt nicht? Ja, okay, hab ich gesagt, oh, das hab ich. So. Machen wir weiter da, wo wir noch verdammt haben. Kurz noch mal was trinken. Oh, ich hab meine Zweige-Kid. Was ist das, was ich erlebe? Oh, ich hab meine Zweige-Kid. Ähm, nochmal Kostosko? Ja. Du, da ist nichts mehr. Du hast einen Wandler. Hast du noch einen Wandler? Nein, nein. Nein, das war doch. Ja, okay. Lernst. Tomberi Falschen Witzig wenn jetzt Odin kommen würde Nein du bleibst hier Nuhuhuhuhuh Nuhuhuhuh Das Einzige, was mir gegen Morbids helfen kann, ist eigentlich... So, echt. Bleib hier. Tritt noch weg. Na gut, ich hatte es auch schon, dass alle zweimal miteinander abgehauen sind. Und zwar alle. Und mit allen meine ich alle. Und zwar. Eins, zwei, drei. Ich muss erinnern. Oh, Doshi. Wieder 60 AP. Der fährt sich. So. So. Das warst du, oder? Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Du bleibst hier. Du bist getroffen. Genau. Ähm. Du bist halt leider getroffen. Ich will mir ja nicht hören, aber ich bin halt getroffen. G.S. Toffberry. Da drüben kann ein teurer verkauft werden. Hier geht's nicht mehr. Ach gut. Also ich würd's immer noch witzig finden, wenn Oden kommt, oder? Michael, hol den dir an. Und das sind schon mal 80 AP. Oder so. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Ich muss schon noch 120 sein. Naja, was soll's? Aber ich hänge nicht mehr über die Schüler. Ich glaub theoretisch gesehen, nein. Tschüss. Da machen wir kurz ein bisschen Überlänge, bis wir Medizin Wandler... Ähm. Medizin-Kunter. Jetzt hab ich's. Ich hab's. Oh. Vier. Wie flicke ich davon ein? Wenn überhaupt. Ich hab's. Ich hab's gehalten. Und das ist auch toll. Ich hab's gehalten. Ich hab's. Wenn ich's nicht ändern. Das heißt also, 4 Kaktoren noch. Ich bin verwundert. Zwei Kaktoren fehlen, noch, noch, noch. Oh, das ist doch zu viel. duR Beidderwisch ja ok konnte ja ok das hätte ich auch noch du bist bei mir ne? nein du bist bei Sal Autotrank und Heil Bandemona Geschick plus fertig ok Autohass ja Scharen kann das nicht Medizinband ja warte das war's nicht ja ok ähm ist ja ähm anders als erwartet oder hm 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 ja das machen wir dann im nächsten Part sonst hatte noch zu viel überlänger also wie immer wenn's euch gefallen hat gebt ihn da hoch hinterlasst konstruktive Kritik und haut raus bis zum nächsten Mal ja 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 ja